So, let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Doom 3. Und da wir schon wissen, was hier kommt, oder nein, nein, wir wissen es nicht, warte, ich lasse mich in Zukunft vorausschauen. Es kommen jetzt vier von diesen komischen Viechern, lasst mir mal jetzt mal alles nachladen. So, okay. Und die war der 10. Oh, da hab ich wohl recht gehabt. Oh, oh, und stipp, stipp, danke. Also, ich war mir jetzt raus. Bitte nimmst du nicht übel. Würdet ihr es mir übel nehmen, wenn ich da jetzt reingehe? Ja, mir wurscht. Oh. So, und stipp, stipp, danke. Use us. Use us, you bitch. I bitch slap you, you. Ah, 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 gut, 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 ha, ha, okay, so. Na, wo ist er hier? Hier ist das gute Stück, so. Ha, 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 da ist er ja, ach genau, der kam ja auch noch. Oh, oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut, komm, komm, komm. Los, komm her. Los. Willst du mich verarschen? Na, super. Oh, ho, ho, ho. Tja, da hat er wohl versagt, ne? Hoppala. Ja. Gut, perfekt. So, warte, und da, glaube ich, hole ich jetzt am besten, äh, die Granate. Ich glaube, das ist besser. Ja. Wie, 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 wieso stirbst du nicht? Wieso ist der nicht gestorben? Äh, 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 maul, wieso ist der nicht gestorben, Mann? Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Der ist nicht gestorben. Bist du? Okay. Mir fehlt diese Techno-Musik von vorher. Ja, ich kann auch irgendwie meine Arme siegen. Ja, da war schon einer. Oh. Tja, leider wissen wir schon Bescheid. Wir haben voll die Wallhacks angemacht, Leute. Okay. So. Okay. Ich glaube, da kommt ein Spinn. Genau. Da kommen jetzt ein paar Spinn. Ah, wir sind so unfair. Das ist echt, das ist echt ätzend. Noch irgendwas? Äh, genau. Perfekt, da ist der Coke. Genau, der Coke. Ah, oh Gott, wir sind so scheiße. Ah, ah. Ah, genau, da warst du. Und du warst da. Genau, ah. Mann, wir sind so unfair. Das ist echt, das ist echt ätzend. Und ihr wollt, wollt ihr wissen, was? Ich hab die Quicksave und die Quickload-Taste gefunden. Jetzt auch endlich. Wo sind die Viecher? Sind die Viecher nicht? Sind die Viecher gar nicht mehr da? Tja, weiter. Das ist nicht mal cool. So. Auf geht's, bitches. Ah, ah, ah. Da kommen sie. Nicht gut, nicht gut. Wieso sind die das? Sie den Hof haben. Alter, 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 alter. Okay. Die haben mich offiziell nicht am Tag. So, schlipp, schlipp. Jawoll, und ab in die Hölle mit dir, du Bitch. Da, wo du halt herkommst. Okay. So. Ha, ha. Okay. So. Na, 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 na. Ich. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben, jetzt das Ding, das sich gedreht hat, ne? Ah, ah, ah. Alter, ich glaub, ich durfte jetzt alle zehn Sekunden mal up-safen. Oh. Ich hasse es. Sowas hasse ich ultra. Sowas hasse ich ultra. Oh. Hup. Ha. Ja, 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 ja. Und stirb. Stirb einfach. So ist der Fall. Danke. Oh. Heilige Scheiße. Mh. Oh. Oh. Gott, bin ich halb gestorben gerade. Ich weiß nicht, warum ich gerade halb gestorben bin. Ich bin auf jeden Fall gestorben. So. Kommt irgendwas? Oh. Komm, ist ja gar nichts gewesen hier. Bitte. Bitch, please. Bitch, please. Oh. Zieh. Meine Gäse. Ah. Zwillingsbruder. Drehlingsbruder. Ah. Okay. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, muss ich schon sagen. Haha, ich quicksave. Oh. 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 Das hört sich nicht gut an. Oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich einfach mit diesem scheiß Fickenskelett, ne? Ihr wisst Bescheid, oder? Ja, wir wissen Bescheid. Wo ist mein Allwissensding? Komm, er öffnet sich jetzt die Tür. Oder auch nicht. Ah. Ah. Verdammt. Schade. Naja. Hat nicht so weh getan. Haben mich schon Mädchen härter geschlagen. Irgendwie. Weiß nicht. Ich hab Angst. Ach ja, und wir haben noch diesen PDA, ne? Das Symbol da unten, das macht mich kirig. Kiri, kiri, kiri. Oh, ja. Ciao. Ciao dann. Au. Hörgit. Das war halt einfach dämlich. Das war einfach dämlich. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein! Böse, böse. Böse, böse, böse. Böse! Gut. Alter. Alter, Mann. Mann! Die bunsten mich! Hacht. Uh. Oh. Okay, alles klar. Alles perfekt. Habe ich mich jemals beschwert in meinem Leben? Nö. Verdammt, hier ist nirgendwo so ein... ein Lebensding. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ja, und... Äh, Moment. Was sind wir? Was? Ach genau, egal, genau. Wir müssen doch irgendwie so einen Schlüssel finden. So einen fucking Schlüssel. Ich quicksafe einfach mal. Ja, aber... Oh. Oh. Oh, so. Use us! Okay, also. Ja, Moment. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. So. Au, au, au. Okay. Ich bin so gemein. Ne, ne, jetzt bin ich ernsthaft. Jetzt bin ich ernsthaft. So, wenn ich jetzt da hochgehe. Nein, doch. Hä? Warum? Warum? Kann ich jetzt da runter? Ah, okay. Cool. Wir kommen der Hölle irgendwie ein bisschen näher. Oh, 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 okay. Okay, okay, okay. Ganz cool. Chill, chill, chill. Chill, 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 chill. Hey, hey, hey. Mach, mach dich locker. Okay. So. Cool. Ich fühl mich safe. Oh, man. Ich speichere mich überhaupt. Falls mir irgendwas Böses passieren sollte. Oh, ja. Ey, das war ich nicht. Das war ich nicht. Ne, das war ich nicht. Das war ich nicht. Oh. Ja, ich fühl mich gut. Ein Video. Was für ein cooles Video kommt jetzt. Was für ein cooles Video kommt jetzt. Einführung in die BFG 9000. Ja, Leute. Ich hab die irgendwie schon seit ein paar Stunden, ne. Also, ihr kommt damit ein bisschen. Was zum Teufel bist du denn? Was zum Teufel? Was geht denn verkehrt? Wie, 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 wie? Oh, oh. Alter, was geht denn? Alter, was geht verkehrt? Was geht verkehrt? Was bist du denn für ein Viech? Willst du... Alter, Alter. Alter, was? Alter, was geht verkehrt? Was ist das für ein Viech? Alter, ich bin gleich tot, ey. Alter, ich bin gleich tot. Was? Was ist das für ein Panzer? Ähnliches. Alter. Was bist du denn? Was? Was bist du denn? Willst du mich verarschen? Alter. Kann mich mal jemand aufklären? Kann mich mal gerade jemand aufklären? Kann mich mal jemand aufklären? Was zum Teufel ist das für ein halbes Monster, ein halber Mensch? Nein, das ist nicht mal ein halber Mensch, das ist ein zehntner Mensch. Der hat nur einen Kopf und einen Arm. Einen Panzer. Einen Roboterarm. Und ein... Und ein Androiden. Alter. Alter, wie hart ist das denn? Alter, wie hart ist das denn? Ha. Ah, das ist krass. Okay, das ist krass. Ja, das ist krass. Es gibt hier irgendwie noch was abzustauben. Ah, okay. Alter. Und hier geht's raus? Ja. Alter, du bist... Creepy as hell, du Bitch. Wollte ich nur mal anmerken. Aber ich hab dich getötet. Sollte es... Ich geh mal davon aus, dass... War das so ein Snack-Boss oder war das schon ein relativ... Sollte es ein relativ guter Boss sein. Ich weiß nicht. Okay. Na. Wurscht. Was machen wir jetzt? Haupt... Standort 3? Was ist das denn? Ist der... What the hell? Was ist Standort 3? Oh... Mein Gott. Oh, okay. Alles klar. Kann ich wieder zurück? Nein, irgendwie natürlich nicht. Ah. Hahaha. Ja, genau. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oh, nein, 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 nein. Dich hab ich nicht vermisst. Dich hab ich nicht vermisst. Stimmt, stimmt. Nein, 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 nein. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Oh, okay. Alles klar. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt. Oh. Ja, da kommt noch einer. Stimmt. Oh, heiliger. Oh, nein. Oh, nein. Nein, nein, nein. Die hell. Oh, die hellen. Jetzt kommen wieder. Oh, nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Alles nachladen. Alles nachladen, Leute. Los. Oh, ich brauch mehr von diesen Zellen. Oh, je. Okay. Okay. Oh, ja. Die Pistolen nachladen. Ich glaub, die hilft jetzt noch ganz gut hier. Oh, je. Oh, je. Uh, da ist der Mars. So, nebenbei. Oh, mein Gott. Oh, okay. Ich will nicht wissen, aus was, wo. Okay. Gut. Oh, mein Gott. Was bist du denn, Fred? Ach so, du bist es. Stimmt. Ich hab irgendwie das Gefühl, da kommt wieder ganz, da kommt ein ganz böses Viech. Deswegen packe ich den Soul Cube schon mal her. Warte, bis der kommt. Und, na, wie geht's euch, Leute, so? Also, schönes Wetter draußen. Also, nicht halt hier, Marswetter, da ist, glaub ich, ein bisschen uncool. Und natürlich, natürlich müssen die's so machen, ne, dass ich erstmal quicksafe. Haha. Äh. Und, natürlich, sind es solche Riesenpenisse. Ah, ah, ah. Ja, das ist jetzt irgendwie vergeudet, aber scheiß drauf. Und diese Fässer, die, machen mich, ja, wisst schon. Ich hab immer das Gefühl, dass, das, ja, bringt nix. Okay. Ja, aber ich sag, machen wir ganz kurz Pause. Wow. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Ben und ich sage, auf Wiedersehen. Tschüssi.